Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Wir berichten live von Race Across Australia, hier im Niemannsland von The Road to Hell. Wir berichten live für Embassy Sports of Australia vom härtesten Radrenner der Welt, geführt von vier Vorarlbergern und einem 22-köpfigen Team. Eine sensationelle Berichterstattung wird heute zu Tage noch folgen und mehrere News later.